Das sind Jani und Gina, auf Amadeus und Sabrina. Sie jagen im Wind, sie reiten geschwind, weil sie Freunde sind. Weil sie Freunde sind. Jetzt, Gina! Ja! Ja, wo ist er? Da, am Horizont, Gina. Siehst du die Buchstaben am Horizont? Jetzt. Oh, jetzt ist das gut. Jungs sind peinlich, oder? Oh ja, Jungs sind voll peinlich. Ich hasse Jungs. Ich liebe Jungs, aber ich hasse Jungs auch. Ich hasse Jungs, aber ich liebe sie auch. Ich liebe dich. Ich liebe dich auch irgendwie. ABFS. Oh mein Gott, HDL. HDL. Danke. Ja, ABFS, bis zum Mond und wieder zurück. Ja, bis zu den Sternen und außerhalb von der Milchstraße, Gina. Und wieder zurück. So. Du, Janni? Ja. Gina? Wie stellst du dir denn eigentlich dein erstes Mal vor? Hm. Ach, weiß ich irgendwie nicht. Mich soll ein ... Weiß ich nicht. Vielleicht soll mich ein wohlhabender, gut gebauter Ölprinz aus dem Morgenland so kräftig Artergo mit seinem stolzen Krummsäbel verwöhnen, dass ihm vor lauter Wollos die Kamera aus der Hand fällt. Hahaha. Oh, du bist so romantisch. Ja. Vielleicht schenkt er mir hinterher eine Tasche. Oh, das wäre süß. HDL. HDL. H-D-G-G-G-D-G-G-D-L. G-G-D-L. ABFS für immer. G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G Untertitelung des ZDF, 2020